Ich bin Ellen Lohg, ich bin 22 Jahre alt, bin gerade im Studentenwerk und studiere an der Hochschule Osnabrück Physiotherapie, Ergotherapie, Dual mit dem Zweig Physiotherapie. Eine große Ehre, ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich vom Studentenwerk zur Hälfte gefördert werde. Ich war auch sehr überrascht und freue mich immer noch jeden Tag und ich hoffe, dass ich sehr lange in einer guten Beziehung zum Studentenwerk bleibe. Verbinde ich die Zusammenarbeit der Hochschule mit der Berufsfachschule Professor Greve Schule. Es ist für mich sehr wichtig, weil ich so weiß, dass ich wissenschaftlich lernen kann und arbeiten kann später und gleichzeitig alle praktischen Tätigkeiten und praktischen Felder an der Schule lernen kann. Und das ist für mich sehr wichtig. Auf den neuesten wissenschaftlichen Stand gebracht werden, sehr vielfältig lernen zu arbeiten und individuell auf den Patienten einzugehen. Faszinierend, total. Ich war schon sehr lange daran interessiert und ich glaube, er ist auch unergründlich. Zu Hause bleiben, bei meiner Familie, mein Umfeld behalten und dort einfach einen ganz festen Halt zu haben. Physiotherapeutin sein, ganz glücklich sein in einer Praxis oder in einer Klinik, gleichzeitig aber immer noch wissenschaftlich arbeiten. Das habe ich ja schon mehrfach gesagt, das ist mir wirklich sehr wichtig. Und glücklich mit allem und immer auch danach streben, das nicht zu vergessen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020